Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und das ist der erste Teil meiner Lidschatten-Sammlung. Dadurch, dass ich halt schon eine etwas größere Sammlung habe, muss ich einfach mal zeitlich schauen, wie das alles klappt hier. Ich möchte es einfach nicht zu lang halten, deswegen werde ich das Ganze aufteilen in zwei Teile. Einige von diesen Paletten werde ich swatchen, andere nicht. Bitte habt Verständnis, ich kann nicht alles swatchen hier. Das wird einfach zu viel und zu lange dauern, aber bei einigen kann ich ja mal gucken. Vielleicht ist ja irgendwas Interessantes dabei, wo ich sage, ja, das möchte ich euch gerne mal ein bisschen genauer zeigen. Genau, ich starte vielleicht mal mit diesem Stapel hier, der einfach direkt mal neben mir liegt. Ich habe einmal von diesen Trended Up Vierer Paletten, die gibt es ja im Standardsortiment und das ist die Variante Peace, Love and Flowers. Und wir haben hier vier eher matte Farben, wobei der hier soll angeblich ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Glaze sein, also so ein bisschen metallisch sein, ist es aber nicht. Ja, also es sieht auf dem Auge komplett matt aus. Ich muss sagen, mir fehlt hier eindeutig irgendetwas an einem Schimmerton. Also das fehlt mir hier. Ich hatte die Palette mal auf einer Reise mit und da dachte ich, es fehlt mir einfach irgendwas. Aber ich finde sie von der Qualität eigentlich nicht schlecht. Es ist eine gute Palette für Anfänger, muss ich sagen. Also wenn ihr auch nicht zu sehr übertreiben wollt mit eurem Augen-Make-up, dann ist es auf jeden Fall eine gute Palette. Ich habe noch eine andere, die werde ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Bei Trended Up solltet ihr allerdings bedenken, dass gerade die mattentöne eure Hautstruktur tatsächlich ein bisschen mehr betonen könnten. Also ihr werdet ganz, ganz feinste Linien, aus denen eure Haut besteht, werdet ihr eventuell ein bisschen mehr wahrnehmen. Da muss man natürlich ziemlich nah rangehen, um das zu erkennen. Ich weiß nicht, ob das einfach die Haut austrocknet, weil am Anfang sehe ich das eigentlich nicht so stark. Erst nach einer gewissen Zeit. Dann habe ich hier eine Palette von einer koreanischen Marke. Ich habe sie euch ja schon in einem Haul gezeigt. Und das ist All of Peach AD. Und so sieht das Farbspektrum aus. Ich finde es super schön. Das hat mich richtig, richtig angesprochen. Es wirkt sommerlich. Es wirkt einfach frisch. Und das ist genau das, was ich mag. Was ich an der Palette auch schön finde. Wir haben hier keine dunklen Töne. Ich habe Schlupflider. Ich habe auch etwas kleinere Augen. Vor allem Augen, die ein bisschen näher zueinander stehen. Deswegen ist es für mich immer so ein bisschen schwierig, dunkle Lidschatten zu verwenden, weil es meine Augen tendenziell immer kleiner macht. Und da ist es mir immer wichtig, dass die Palette nicht zu dunkle Töne drin hat. Und das habe ich bei der auf jeden Fall. Wir haben hier so einen Topper, der so ein bisschen duochrom mäßig ist. Das ist ein Pressed Glitter. Die Palette habe ich bei Zalando bestellt. Die Marke, also von der Marke gibt es halt eben auch andere Lidschattenpaletten. Da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Ist nicht gerade günstig. Also 22 Euro, 23 Euro hat die Palette gekostet. Aber die Verpackung ist so, so schön, oder? Also es macht mich schwach. Also das weckt immer so ein bisschen das Girlie in mir. Finde ich richtig schön. Dann habe ich hier einmal von NYX die Ultimate Winted Jean Baby. Und ich wollte sie mir eigentlich nicht kaufen, habe mich aber trotzdem dafür entschieden. Einfach, weil ich das Farbthema finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich wollte mir ja sowas schon von Elf Cosmetics kaufen. Aber deren Limited Edition war nicht am europäischen Markt verfügbar. Deswegen habe ich mich dann für diese Palette entschieden. Dann machen wir weiter mit Moor Makeup Academy. Wir haben hier einmal diese Regenbogenpalette. Und die habe ich ja direkt bei Moor auf deren Online-Shop-Seite bestellt. Und habe sie mir aus Großbritannien quasi liefern lassen. Zusammen mit anderen Paletten. Die Pigmentierung von dieser Marke ist überirdisch gut. Also, deswegen habe ich mir die jetzt einfach mitbestellt. Einfach, weil ich dachte, wenn schon, denn schon. Wenn ich jetzt schon da bestelle, dann kann ich auch ein bisschen mehr bestellen. Ich denke mir, dass ich die gut halt auch im Frühling benutzen kann. Also, ja. Ja, also, die darf auf jeden Fall bleiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Ton suche, den ich als Ergänzung brauche, werde ich auf jeden Fall das hier auch nochmal benutzen. Dann habe ich weitere von Moor Makeup Academy. Und die gibt es tatsächlich nur auf der Seite. Also, die kriegt ihr nicht in anderen Online-Shops in Deutschland. Wir haben hier einmal Silk Nudes. Das ist die hellere Variante von diesen neutraleren Tönen. Die Schimmertöne, die sind top. Also, da kann man echt nichts dazu sagen. Ich muss sagen, dass die Qualität von diesen Pappverpackungen jetzt nicht ganz so gut ist, wie bei diesen Plastikverpackungen. Sie bieten ja auch Lidschatten in diesen Plastikverpackungen an. Und ja, das muss ich tatsächlich auch bestätigen. Das hat mir ja jemand mal gesagt. Ähm, das stimmt. Aber ich muss sagen, dass die Qualität trotzdem... Oh nein, jetzt bin ich schon wieder da reingegangen. Jedes Mal komme ich mit diesem Noppel rein. Das finde ich so bescheuert bei dieser Verpackung, dass hier kein Magnetverschluss mit drin ist. Aber die wollten halt so ein bisschen auf die Umwelt achten und eine umweltfreundlichere Verpackung schaffen. Und da komme ich immer mit diesem Noppel da rein. Ich finde das so grauenvoll. Also, ich liege die jetzt erstmal zur Seite, damit ich hier nicht alles voller Krümel habe. Dann haben wir die Wellmet Nudes. Und das ist die dunklere Variante, die kühlere Variante. Und so sieht das Ganze aus. Es ist mir einen Ticken zu dunkel, muss ich sagen. Also, da bin ich schon ein bisschen vorsichtig, mit was ich das Ganze kombiniere. Also, ich würde tatsächlich hier eher auf dieser Seite bleiben und weniger auf der hier. Weil das ist mir tatsächlich schon zu dunkel. Aber, wenn schon, denn schon, ne? Habe ich mir gedacht und habe es hier einfach mitbestellt, ja? Genau. Dann kommen wir zu Terranaturi. Ich habe hier die Peach Me Up. Das war eine Limited Edition. Und ich liebe diese Palette. Ich wollte sie mir eigentlich nicht kaufen damals. Aber dann habe ich mich dafür entschieden. Und ich habe es nicht bereut. Denn diese Palette ist erstens von der Formulierung einfach top. Sowohl die mattentöne als auch die Schimmertöne. Die sehen auf dem Auge so gut aus. Und die Palette hat so viele unterschiedliche Töne, dass ihr in jede Richtung gehen könnt. Ihr könnt in die kühle Richtung. Ihr könnt in die wärme Richtung. Ihr könnt in die rosé Richtung. Also, diese Palette hat wirklich alles mit dabei. Und ich finde es total schade, dass Terranaturi einfach diese Qualität nicht mehr anbietet. Ich finde es so schade, weil diese Palette hat echt meine Anfangszeit, wo ich mit Make-up so angefangen habe, die hat es einfach nur zu etwas Besonderem gemacht. Eine Palette von Rival Loves Me. Und die Verpackung, die blendet einen. Ja. Und so sieht das Innenleben aus. Ich muss sagen, die Press Glitter, da halte ich mich definitiv davon fern. Also, das ist mir eindeutig zu viel Glitzer. Den hatte ich mal ausgetestet und es war grauenvoll. Das Glitzer, das habe ich kaum abgekriegt. Ich hatte es noch am nächsten Tag noch in den Wimpern. Ich hatte es in den Haaren. Ich hatte es auf der Haut. Es wollte einfach nicht abgehen. Egal, wie oft ich geruppelt habe. Nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ich wollte mir diese Palette auch tatsächlich erst gar nicht kaufen. Die Töne sprechen mir schon irgendwo an, aber die sind auch hier wieder etwas dunkler unterwegs. Ich mag sehr gerne aber diese Farben hier, diese Brauntöne, so ein bisschen grün. Das finde ich ganz schön, wenn es nicht zu dunkel ist. Ich finde, Grüntöne sind bei meinen Augen tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Die schmeicheln mir nicht immer. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Grün, weil es ist jetzt hier eher auf der kühleren Seite. Das ist wiederum praktisch. Das steht mir dann schon irgendwo. Ja, aber ich muss halt trotz allem hier schauen, weil ich habe den einfach mal leider aufs komplette Lid getan. Und das war ein Fehler, weil dadurch haben meine Augen noch kleiner und noch weiter weg ausgesehen. Das ist ja, was ich meine. Also das ist definitiv nichts für jemanden mit Schlupflidern. Also das war ein Fehler. Also ich muss immer einen helleren Ton aufs Lid packen, sonst sieht das nicht gut aus. Die Palette ist momentan bei mir noch so auf dem Prüfstand. Ob sie bei mir bleiben wird, das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Eine etwas neuere Palette von BH Cosmetics. Das ist eine dieser City-Paletten Los Angeles. Und ja, ich schmeiße mal wieder alles runter hier. So, tun wir das mal weg. Ich bin sehr lange drum herum geschlichen. Aber ich dachte mir, okay, jetzt wird es Zeit, einfach mal sich so eine City-Palette reinzuholen in die Sammlung, weil ich habe noch keine gehabt bisher. Und ja, allein vom Swatchen her war ich so begeistert von den Schimmertönen, als auch von den Mattentönen. Der ist richtig krass weiß. Also das ist, puh, also hätte ich nie gedacht, dass so ein Ton so eine gute Pimentierung hat. Also top. Was mir nicht gefällt, ist die Anordnung der Pfännchen. Ich habe, wenn ich mir die Palette so angucke, habe ich nicht direkt einen Look, den ich schminken könnte. Also ich müsste mir sehr stark überlegen, was mit was, zu was passt was. Das stört mich hier so ein bisschen an dieser Palette. Aber gut, ich muss mich halt damit so ein bisschen mehr auseinandersetzen. Ja, habe ich aber bisher noch nicht gemacht. Wird aber jetzt bald der Fall sein, weil wir gehen ja in die Frühlingsmonate, in die Sommermonate und dann passt es natürlich dann. Gut, dann machen wir vielleicht weiter mit diesem Aufsteller hier. Und da habe ich, wie ihr sehen könnt, ganz viele von diesen Douglas Paletten. Aber wir starten hier einmal direkt vorne. Das ist einer von diesen City Paletten von Essence. Und das ist die Roma Palette. Ich habe eine Schwäche für Rom. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Und aus dem Grund werde ich sie auch nicht aussortieren. Obwohl mich die Auswahl der Farben zwar schon überzeugt, aber ich muss sagen, die Schimmertöne sind sehr schwach. Und die kriegen auch sehr leicht hart pennen. Also ich war da tatsächlich ein bisschen enttäuscht von der Qualität. Ich mag die Farbzusammenstellung. Die ist so schön. Ich liebe das. Ich habe sie im Sommerurlaub mitgehabt. Und die Looks, die entschannend sind, waren schön. Aber die haben auch, meiner Meinung nach, auch nicht so lange gehalten. Das fand ich sehr, sehr schade. Und wie gesagt, hart pennen, fast in jedem Schimmerton. Und nee, also da war ich jetzt nicht so begeistert. Aber trotzdem, ich werde diese Palette einfach aus sentimentalen Gründen niemals aussortieren. Dann kommen wir zu einer Anastasia Beverly Hills Palette. Und ich muss sagen, ich werde nicht so wirklich warm mit der. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mit der Huda Beauty Palette, die ihr dann später noch sehen werdet, auch da auch nicht wirklich warm werde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was ich an dieser Palette nicht so toll finde, die Mattentöne sind super staubig. Richtig staubig. Die Schimmertöne sind schön. Die Textur ist auch sehr schön und zart. Aber die paar Male, die ich sie benutzt habe, da musste ich mich schon dazu zwingen, diese Palette zu benutzen. Ich weiß auch nicht, warum, denn wenn ich mir diese Töne so angucke, sollte sie eigentlich mein Herz höher schlagen lassen, bei der Pigmentierung sowieso. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine emotionale Bindung zu dieser Palette, was ich total schade finde. Ich glaube, ich muss sie mal in so einen richtigen Project Pen Shop My Stash Monat mit reinnehmen. Vielleicht werde ich dann dazu öfters mal greifen können und werde sie einfach, weil ich es muss, benutzen. Vielleicht kann ich da eine bessere Bindung zu der aufbauen. Aber momentan, so wie es ist, sie ist super schön. Sie war teuer. Aber irgendwie reicht sie mich nicht. Wir machen weiter mit den Douglas Paletten. Und ich finde es schade, dass die Eigenmarke von Douglas nicht so beachtet wird. Ich weiß auch nicht, warum. Woran es liegt, denn die Paletten sind eigentlich gut. Also die haben eine solide Pigmentierung. Die finde ich sogar besser als diese Essence Paletten. Ja. Und das will schon was heißen. Also ihr kriegt für wenig Geld eine gute Pigmentierung. Douglas hat auch die Formulierung dieser Paletten geändert. Die kommen jetzt ohne Talg. Und die kommen alle mehr in diesem schmäleren Format. Also das ist eine von diesen neueren. Und die alten sehen noch so aus. Die haben noch so diese dickere Verpackung. Wir haben hier einmal Desert Nudes. Desert Nudes, wenn ihr euch die Palette so anguckt, könnt ihr meinen, dass es eine Anastasia Beverly Hills Palette ist. Und wenn ihr euch die Douglas Kollektion mal so anschaut, einfach allgemein von den Produkten her. Bei denen ist es so, dass die so ein bisschen andere Marken nachahmen. Rein vom Aussehen her. Aber wenn ihr euch die Töne auch so mal ein bisschen anschaut. Wir haben hier etwas neutralere Töne, kühlere Töne, was ich super schön finde. Und es schmeichelt mir auch sehr, sehr gut. Einfach, weil ich vom Hautton auch eher, also vom Hautunterton recht kühl bin. Und wir haben hier auch eine Rosé-Richtung. Also ihr könnt mit dieser Palette echt viel machen. Und die Qualität ist auch gut. Vielleicht ist die ein bisschen staubig. Aber ich habe damit bisher noch nie ein Problem gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt einige Paletten, wo mich das richtig, richtig, richtig stört. Aber bei denen jetzt nicht. Dann die Pink Nudes. So sieht das Ganze aus. Ich hatte früher mal eine von, ich glaube, Maybelline. Hatte ich eine ähnliche Palette mit ähnlichen Tönen. Aber dadurch, dass sie halt schon etwas älter war, habe ich sie aussortiert. Und habe mir stattdessen dann die hier zugelegt. Also wir haben hier schon etwas movige Töne. Und trotzdem aber recht neutral. Bei dieser Palette hier überlege ich, ob ich sie mir in der neuen Formulierung holen soll. Weil die Qualität von dieser Purple Nudes Palette gefällt mir leider nicht so gut. Also da muss ich sagen, muss ich einen Abstrich machen bei der Qualität. Da war ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Aber ich mag das Farbschema sehr gerne. Und da überlege ich, ob ich mir einfach einen Ersatz hole, dass ich die quasi herausnehme. Und mir dafür einfach die neuere Formulierung hole. Denn die Schimmertöne, die sind sehr hart. Also die sind sehr hart gepresst. Die sind recht grob. Und die mag ich dann nicht ganz so gern nutzen. Dieser Ton, der ist super schön. Also ein schöner Korallton mag ich sehr gerne. Dann kommen wir zu Earthy Nudes. Wie ich euch schon gesagt habe, wir haben die neuere Formulierung. Und so sieht das Farbschema aus. Recht frisch. Frühling. Man kann es aber auch im Herbst gut benutzen. Ich finde das Thema von den Tönen her recht ansprechend. Und ich wollte sie mir eigentlich gar nicht bestellen. Weil ich ja, wenn man sich die Töne mal ansieht, alle Töne in all diesen Paletten schon eigentlich schon habe. Aber dann war ich im Laden und habe sie geswatcht. Und die Swatches haben mich überzeugt. Und dann habe ich sie mir einfach gekauft. So. Einfach weil mich auch der Ton richtig angesprochen hat. Dieses schöne, dieser schöne Korallton. Ich habe diese Töne hier benutzt. Die wirken auf dem Auge recht movig. Also so wie sie jetzt im Pfännchen aussehen, wirken sie nicht auf dem Auge. Das ist das, was mich jetzt hier nicht ganz so überzeugt bei der Palette. Ich habe auch mit der auch nicht so oft gespielt, muss ich sagen. Also da muss ich da nochmal so ein bisschen rangehen. Von Douglas gibt es auch Limited Editions. Und ich habe hier drei Paletten, die aus einer Limited Edition sind. Einmal die Wild Glam Palette. Von der Qualität, muss ich sagen, ist die top. Ich kann nichts Schlechtes über diese Palette sagen. Die Töne sprechen mich an. Schöne, super, super schöne Frühlingstöne auch. Sommertöne, ihr könnt sie eigentlich das ganze Jahr über benutzen. Ihr könnt sie auch im Dezember benutzen, wenn ihr so ein Partylook schminken möchtet. Wir haben hier sogar ein Duo Creme. Der spielt nochmal so in diese Goldrichtung. Finde ich super schön. Gefällt mir gut. Habe ich oft benutzt. War ich sehr zufrieden. Eine Palette, mit der ich nicht so wirklich warm werde. Ich glaube, das liegt aber mehr an den Tönen, als an der Formulierung, als an der Qualität der Palette. Gott, die sehen aus. Genau. Ich habe hier einen Pen erreicht und ihr könnt sehen, wie viel Produkt ihr eigentlich da drin habt. Das ist der Wahnsinn. Ich habe so lange gebraucht, bis ich hier einen Pen gesehen habe. Und ihr kriegt hier sehr viel für euer Geld. Wenn ich mir die Töne anschaue, dann sprechen sie mich schon irgendwo an. Aber die sind schon recht dunkel. Der Ton. Der Ton. Das Kaki Grün, das steht mir leider nicht so gut. Die anderen ist okay. Ja, kann ich damit leben. Gerade so diese Töne, die sind super schön. Aber die Palette steht so ein bisschen als Wackelkandidat in meiner Sammlung momentan. Muss es schauen. Und dann habe ich eine, das ist die neuere Limited Edition, also die aktuellste Limited Edition. Ich glaube, die Palette kriegt ihr noch. Ihr könnt mal schauen. Und die hat diese Töne hier. Das schreit für mich Frühling, definitiv. Von der Qualität her war ich jetzt nicht ganz so angetan. Und dann auch gerade wegen diesem Ton hier oder diesem Ton hier. Die sind recht schwach, muss ich sagen. Da sieht man fast gar nichts. Aber mich sprechen einfach die Farben sehr an. Auch gerade dieses Grün hier, das ist eher auf der etwas stärker pigmentierten Seite. Moment, ich mach das hier mal. So sieht das Ganze aus. Also es sind ein paar Töne dabei, die klappen gut. Es sind ein paar Töne dabei, die klappen nicht gut. Das ist das Fazit, was ich jetzt habe mit dieser Palette hier. Und ja, die habe ich jetzt auch noch nicht so oft getragen auf meinem Auge. Das müsste ich nachholen. Machen wir weiter mit einem anderen Aufsteller. Das ist dieser hier. Da habe ich jetzt eine Limited Edition von Rival de Loup. Lots of Love Eyeshadow Palette und das kommt in dieser Blechverpackung. Rein von den Swatches sollte die Qualität richtig gut sein. Was mir nicht gefällt, sind diese Pressglitter. Und was mir nicht gefällt, ist diese komische Zusammenstellung der Töne. Wenn ich mir die Palette so anschaue, könnte ich mir vorstellen, rein mit diesen Tönen einen guten Look zu schminken. Aber was mache ich mit diesen hier? Die sind so ein bisschen fehl. Für mich persönlich. Es gibt kein harmonisches Bild, wo ich sage, ja, das passt zusammen. Das harmoniert gut miteinander. Weil wir haben hier einen recht warmen Ton. Es sind hier aber recht kühl unterwegs. Und irgendwie, weiß ich nicht. Also, die muss ich endlich mal in Angriff nehmen. Und erst dann kann ich sagen, okay, passt es oder passt es nicht. Ich habe sowas quasi noch nie gehabt. Deswegen habe ich sie mir gekauft von Rival de Loup. Einfach, weil ich neugierig war. Ich hatte ja erst letztes Jahr damit begonnen, mit dekorativer Kosmetik. Und habe quasi die vorherigen Limited Editions von Rossmann einfach komplett übersehen. Also, ich habe sie gar nicht mitbekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und die hatten ja davor schon einige dieser Blech-Lidschatten-Paletten. Dann habe ich hier eine Revolution-Palette. Das ist meine erste gewesen. Und die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich bin sehr oft um die herum geschlichen. Jetzt rein vom Aussehen her hätte ich sie wahrscheinlich gekauft. Aber von den Tönen her spricht sie mich schon an. Wir sind hier auf der braunen Richtung und hier auf der grünen Richtung. Die Grüntöne sind aber recht hell. Das würde auch gut zu meinen Augen passen. Also, wenn die Grüntöne etwas dunkler sind und etwas kräftiger sind, dann stehen sie mir leider nicht so gut. Da muss ich immer so ein bisschen drauf achten. Aber wir haben hier eher so Pastelltöne. Und das ist wiederum gut. Ich freue mich, die zu benutzen. Ich schaue mal, wie die Qualität ist. Wenn die Qualität mich nicht überzeugt, dann kommt die weg. Eine Catrice-Palette. Das ist eine aus dieser Williams-Reihe von Catrice und Disney. Und wir haben Cruella hier. Rein von der Farbzusammenstellung her ist das etwas, was es zu der Zeit, wo die Palette rauskam, noch nicht wirklich gab. Und sowas findet man heutzutage auch nicht so oft. Daher habe ich sie mir gekauft. Ich bin ja mit Catrice-Produkten immer so ein bisschen... Ich stehe mit denen auf Kriegsfuß. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe diese Palette jetzt vor kurzem noch mal ein bisschen häufiger benutzt. Ich mag den Ton richtig, richtig gerne. Das ist eine superschöne Formulierung, superschöne Pigmentierung. Es ist ein feinerer Glitzer-Ton. Bei dem hier allerdings ist das Glitzer eher grob. Und das lässt sich leider nicht so gut auftragen. Und es sieht auch nicht wirklich schön aus, muss ich sagen. Die Mattentöne sind, soweit ich feststellen musste, eigentlich okay. Manchmal kommen sie ein bisschen fleckig rüber. Aber ich werde die Palette auf jeden Fall behalten, weil sie mich einfach von der Farbzusammenstellung schon anspricht. Smoky Eyes sind leider nicht so mein Fall. Aber dadurch, dass wir hier auch in die braune Richtung gehen können, hat sie wiederum etwas, was mich anspricht. Wisst ihr, was ich meine? Und daher wird diese Palette bleiben. Ich finde sie von der Verpackung richtig schön. Also das ist so ein bisschen classy. Und ja, gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So, das war der erste Teil meiner Lidschatten-Sammlung. Und wir machen natürlich dann weiter mit dem zweiten Teil. Da werde ich euch noch den Rest vorstellen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin würde ich sagen, Tschüss und wir sehen uns.